Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Ausgabe von Hashtag Fred Wagner. Eine Premiere. Wir haben ein neues Videomagazin auf den Weg gebracht, das sich an die Assikuranz richtet. Und die Assikuranz ist ja derzeit vor großen Herausforderungen gestellt mit einer Reihe von Themen. Ich freue mich, mit meinen Gästen und für Sie, meine Damen und Herren, die Themen hier zu diskutieren. Unser erster Gast, unser erster hochrangiger, kompetenter und erfahrener Gast, Herr Naumann, sind Sie. Ich freue mich darauf, mit Ihnen über Ihre neue Herausforderungen zu sprechen. Sie sind zu Otto Nova gegangen, Herr Naumann. Vorher waren Sie bei SAWAG, Sie waren bei der UKV, die letzten 15 Jahre bei der VKB. Sie haben Erfahrung in der Betriebsorganisation, in der IT, in Personal, in Leistung. Und dann waren Sie im Ruhestand. Haben Sie keine Lust mehr gehabt auf Rasen mähen und Laub aufsaugen? Herr Naumann. Ja, Sie haben es erfasst. Mit 63, wenn man sich gut findet, wenn die Gesundheit passt, ist es ein eigenartiger Gedanke, so abrupt aufzuhören. Und ich hatte mir überlegt, was kannst du tun? Und die Otto Nova kam dann zum richtigen Zeitpunkt, habe dann einen tollen Kontakt zu Otto Nova gehabt. Und das hat mich dann so fasziniert. Und ja, dann habe ich gesagt, das tust du dir nochmal an. Unter einem Start-up stellt man sich einen Haufen von Menschen vor, die alle jung sind, Techies, digital orientiert. Und da kommt da so ein Haudegen. Wie fühlen Sie sich dort in der Truppe? Ja, Sie sehen das auch richtig. Wenn ich jetzt ein Foto von unserer Company hätte, wir sind zurzeit etwa 70, dann ist das in der Tat ein sehr, sehr junges, dynamisches, agil, wie man heute sagt, agiles Team. Und ich habe das Durchschnittsalter mit 64 sicherlich um einige Jahre nach oben korrigiert. Aber ich fühle mich pudelwohl. Ich glaube sogar, dass man in so einem Umfeld jünger wird. Ich glaube aber auch, dass so ein bisschen Seniorität einem solchen Unternehmen auch gut tut. Und ich habe auch den Eindruck, so nach einem Jahr, ich bin jetzt ein Jahr dort, dass man angekommen ist, dass ich angekommen bin. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die jungen Kollegen meine Person auch sehr wertschätzen. Sie sprechen Seniorität an, Herr Naumann. Senior klingt ja auch irgendwie der Name Otto Nova. Der Otto-Motor, der kommt gerade zur Abschaffung. Und da kommt da ein Start-up daher und gibt sich den Namen mit dem Otto darin. Welche Idee steckt dahinter? Ja, die Frage erläutere ich gerne. Vor gut 130 Jahren hat Otto von Bismarck in Deutschland die Sozialversicherungssysteme in die Taufe gebracht. Und das ist eine Idee eines Mitarbeiters, sehr früh in der Gründerphase, dass man gesagt hat, das war ja der Beginn einer tollen Idee, Sozialversicherungsthemen in Deutschland. Und so kam der Name dann Otto und das neue Nova war keine Agentur, sondern ein Mitarbeiter. Und dann haben wir gesagt, der Name ist gut. Und so haben wir, glaube ich, eine ganz kluge und günstige Lösung gehabt. Also keine Agentur beschäftigt, die wir mit vielen tausend Euro hätten zahlen müssen. Herr Naumann, dann werden Sie aber noch eine Herausforderung haben, diese Marke, diese Idee, diesen Link auch in den Markt hinein zu tragen. Ich wollte überhaupt auf den Markt einmal zu sprechen kommen. Lassen wir mal den Namen Otto Nova nicht weiter diskutieren. Das Haus geht in einen Markt, der geprägt ist durch die Sozialversicherung eigentlich. Krankenversicherung ist zu 90 Prozent geprägt durch die Sozialversicherung. Für die private Krankenversicherung gibt es einen Marktanteil von roundabout 10 Prozent. Das bedeutet, Sie müssen in einem 10-prozentigen Markt so reüssieren, dass Sie da Ihren Platz finden, dass Sie Ihr Geld zurückverdienen, dass Sie investieren. Und ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Ja, die Frage höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Ich persönlich, oder wir, wir in der Otto Nova glauben, dass wir mit unserem digitalen Angebot, dass wir mit neuen Serviceangeboten in diesem Markt eine große Chance haben. Denn man ist in diesem Markt sehr traditionell unterwegs. Ich sage mal, viele Krankenversicherer sind immer noch, ich sage es mal jetzt so ein bisschen flapsig, ex kasso Anstalten. Da geht es darum, die Leistungen relativ schnell und zügig auszuzahlen. Wir haben ein ganz anderes Verständnis. Wir wollen über ein digitales Angebot die Kunden begeistern, auch Services für den Gesunden anbieten. Wir wollen viele Touchpoints haben. Und mit der Infrastruktur, der App und so weiter, was wir schon geschaffen haben, sehen wir hier die Möglichkeit, einmal eine Generation, die Generation Y, wie das heute heißt, die insbesondere anzusprechen. Und ja, wir sind jetzt ein paar Monate unterwegs und mit den ersten Monaten sind wir eigentlich sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob Sie mir Zahlen verraten wollen. Ich überlege mal, ob ich Sie nach Zahlen frage. Aber bleiben wir erst mal generisch. Herr Naumann, Sie sagen, da wollen Sie die Gen Y ansprechen. Also Sie wollen die Digital Natives kriegen. Das heißt, die jungen Kunden, die für die digitalen Medien affin sind. Ja, aber wie viele von denen gibt es denn, die sich überhaupt schon privat Krankenversichern können? Wie viele von denen verdienen genug Geld, dass sie überhaupt eine private Krankenvollversicherung abschließen dürfen? Und damit wollen Sie den Markt erobern? Das sind die, ich versuche es mal zu beschreiben. Im Übrigen geben die ersten Zahlen uns auch recht. Das ist der 32-Jährige, die 34-Jährige Person, die, sage ich mal, einen ersten Karriereschritt gemacht hat. Wirtschaftsprüfer, junger Informatiker, wie auch immer. Das sind Leute, die, sage ich mal, im ersten Schritt über die Beitragsbemessungsgrenze drüber gekommen sind. Die Zielgruppe ist übrigens gar nicht so klein. Wir haben da Untersuchungen gemacht. Und wenn man dann heute fragt, wo sind denn diese jungen Leute versichert? Die meisten sind in der Tat, und das ist die Herausforderung, bei der Techniker versichert. Also die Techniker hat das offenbar sehr klug gemacht, diese Klientel anzusprechen. Und wir haben jetzt nicht unbedingt das Ziel, Wechsler von anderen PKVen zu uns zu bewegen, sondern wir wollen genau die Generation ansprechen, die im Berufsleben sehr erfolgreich ist, am Anfang ist und halt diese digitale Affinität mitbringt. Naumann, Sie haben, wenn ich richtig weiß, 40 Millionen Euro inzwischen rund investiert. Das ist die letzte Zahl, die ich gehört habe. Vielleicht ist es inzwischen was mehr geworden. Ja, Sie sind gut informiert. Gut. Das sind Zahlen, die verursachen Kapitalkosten. Die Kapitalkosten müssen Sie verdienen. Sie wollen vermutlich preisgünstig sein. Sie brauchen aber Margen. Haben Sie mal ausgerechnet, wie viele Kunden Sie gewinnen müssen, mit welchen Margen, um das Geld ins Verdienen zu bringen, das hier investiert wurde? An der Stelle darf ich sehr offen sein. Wir haben natürlich einen Business Case. Es ist ja klar, es gibt einen klaren Business Plan. Und unser Ziel ist es, in drei Jahren, also wenn wir in drei Jahren 12.000 Vollversicherte haben, ich rede jetzt nicht von den Zusatzversicherungen, parallel läuft ja auch das Thema Zusatzversicherung bei uns, dann wären wir im Business Plan. Und das halte ich aus heutiger Sicht für durchaus realistisch. Wie viel Prozent Marktanteil am Neugeschäft wäre das? Wenn wir das jetzt mal auf drei Jahre, das ist natürlich kein linearer Verlauf, dann wären das etwa 4.000 bis 5.000 Vollversicherte. Wir haben ja keine Abgänge, das ist ja immer der Vorteil eines Unternehmens, das neu beginnt. Also Stornoquoten und so weiter sind ja am Anfang marginal. Und dann ist das also ein durchaus realistischer Marktanteil, wenn man mal davon ausgeht, dass in der PKV sich im Jahr, ich sag mal, 100.000, 150.000 Personen neu versichern. Also in der Vollversicherung, dann glaube ich, ist das eine realistische Zahl, die wir hier erreichen können. Nun müssen wir mal gucken, wie der Markt sich entwickelt, überhaupt in der PKV. Herr Naumann, Presse, Medien, die Bundesregierung, die Verbraucherschützer, die laufen nicht gerade mit offenen Armen derzeit auf die private Krankenversicherung zu. Wir haben dazu einen kleinen Beitrag vorbereitet und den schauen wir uns jetzt mal kurz gemeinsam an. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Herr Naumann, ist das vor dem Hintergrund nicht gerade besonders mutig, jetzt mit einer privaten Krankenversicherung als neues Unternehmen in den Markt zu gehen, mit einem ganz neuen Konzept, digital orientiert, Start-up? Ja, für Sie ist ja alles neu. Ist das nicht besonders mutig oder vielleicht sogar leichtsinnig? Ja, mutig, da stimme ich Ihnen zu. Das ist auch eine unserer Core-Values. Wir sind mutig, wir haben Großes vor, wir wollen was bewegen. Das ist, ich sage mal so, die DNA der Otto-Nova, das ist aber auch die DNA von Start-ups. Aber wissen Sie, ich glaube, dass wir zunächst mal in Deutschland ein hervorragendes Gesundheitssystem in Summe haben. Ich glaube, wir haben eines der besten Systeme in der Welt. Und mich wundert es immer, dass so viel an dem System kritisiert wird. Aber wir haben eine große Herausforderung vor uns, das ist die Demografie, die uns in den nächsten 30 Jahren in der Pflegeversicherung, auch in der Rentenversicherung, aber auch in der Krankenversicherung beschäftigen wird. Und die PKV hat dafür eine Lösung. Bei der GKV bin ich mir noch gar nicht mal so sicher, wie man das hinkriegt. Wir werden dort sicherlich hohe Beitragssätze haben, aber wir haben Altersrückstellungen. Das System ist demografiefest. Von daher glaube ich, ist die PKV sogar die Antwort auf die demografische Entwicklung, die vor uns liegt. Sie haben recht, man hat nicht immer das Gefühl, dass das so gewürdigt wird. Ein zweites Thema, der medizinische Fortschritt. Der medizinische Fortschritt kostet ja auch viel Geld. Und ich glaube, dass die PKV mit ihren Leistungen, wir zahlen ja auch überproportional viel an die Leistungserbringer, dass die PKV auch sicherstellt, dass der medizinische Fortschritt Einzug hält. Und ich bin auch für Wettbewerb. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die jetzt irgendwo schlecht über die GKV reden wollen. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass Wettbewerb der beiden Systeme gut für das gesamte Gesundheitssystem ist. Das ist jetzt ein Plädoyer gewesen für die private Krankenversicherung als Ganzes, Herr Norman. Das war ein Plädoyer für das duale System. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass auch ich der Meinung bin, das duale System ist ein gutes System für Deutschland. Aber da ist nicht jeder der Meinung. Und wir haben jetzt Sondierungsgespräche. Wir haben Koalitionsverhandlungen. Wir haben aber noch keine Regierung. Mal schauen, wann die Regierung steht. Und wenn sie steht, haben wir vielleicht die nächsten vier Jahre weiter mit einer hinreichenden Sicherheit ein privates Krankenvollversicherungssystem. Aber in vier Jahren wird wiedergewählt. Und die Bürgerversicherung ist immer Thema. Es kann ja doch sein, dass sie irgendwann mal eingeführt wird. Und dann ist dann ihr Geschäftsmodell tot. Ich meine, was haben Sie für einen Break-Even-Zeitpunkt sich überlegt? Aber selbst wenn, sage ich mal, ich glaube zwar nicht an dieses Worst-Case-Szenario. Ich bin seit über 30 Jahren in der PKV. Und die Frage hätte man auch schon vor 15 Jahren gestellt. Nein, aber das haben wir immer schon so gemacht und hätten auch immer Joti angehen. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich kein Geschäftsmodell. Nein, aber ich glaube selbst, dass in der Zeit der Bürgerversicherung der Grundschutz so minimal sein wird, dass man selbst mit Zusatzversicherung eine Chance hat, in einer solchen Situation, sage ich mal, zu bestehen. Das ist zwar nicht das Szenario, das wir uns wünschen würden, aber es gibt ja Beispiele, gehen Sie in die Schweiz oder so, wo, sage ich mal, auch da noch Platz für private Versicherer ist. Wann haben Sie den Break-Even geplant? Mit Vollversicherungskomponente? Mit Vollversicherung in drei Jahren. Im Break-Even? In drei Jahren werden wir, wenn wir die 12.000 erreicht haben, ich sage mal, ohne fremdes Kapital auskommen. Vielleicht schaffen wir es sogar etwas früher, aber vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, denn wir sehen uns nicht nur als privater Krankenversicherung, sondern wir sehen uns auch als jemand, der in der digitalen Welt eine hervorragende Plattform geschaffen hat. Wir haben eine Plattform geschaffen, die sehr interessant ist und wir werden heute schon von vielen Unternehmen angesprochen, ob wir bereit wären, dieses Know-how, auch diese Technologie mit anderen zu teilen. Das war zwar nicht unser primärer Fokus, als das Unternehmen gegründet wird, aber wir haben gerade vor einigen Monaten entschieden, ja, wir wollen das, was wir jetzt aufgebaut haben, mit anderen teilen und damit entsteht, sage ich mal, eine zweite Einnahmequelle. Möglicherweise ist die vielleicht sogar interessanter oder erfolgreicher wie das Thema, ausschließlich eine private Krankenversicherung zu werden. Damit legen Sie mir die nächste Frage in den Mund. Sie sagen, ohne fremdes Kapital. Das ist eine Definitionsfrage. Sie haben von der DBK, wenn man das richtig liest, 10 Millionen Euro bekommen gegen 10%. Das ist Eigenkapital, das ist mir schon klar. Aber für wie selbstständig halten Sie sich bei Otto Nova? Ist das der Einstieg in mehr? Was haben Sie für ein Zukunftsszenario Ihre Eigentümer betreffend? Man hat ja sehr unterschiedliche Eigentümer, wenn Sie die Eigentümer-Situationen, also wir haben sehr prominente Eigentümer, Tengelmann, Holzbrink, nur mal um Vorwerk, um ein paar Beispiele zu nennen. Das sind aber die klassischen Häuser, die Startups gründen und sich irgendwann auch aus so einem Engagement wieder zurückziehen. Das wird in der Krankenversicherung sicherlich etwas länger dauern als in anderen Branchen. Warum länger? Sie wollen nach drei Jahren ein Break-Even haben. Ja, aber ob das der richtige Zeitpunkt ist, dann ein Unternehmen an die Börse oder so weiter zu bringen, das glaube ich jetzt nicht. Das sind keine Schuhe. Und mit der DBK ist uns, glaube ich, ein sehr kluger Schritt passiert. Die DBK sieht das Ganze zwar als eine Finanzbeteiligung, also es ist jetzt keine Beteiligung, wo man von der DBK jetzt irgendwo beeinflusst wird, dass die Einfluss auf unsere Entscheidungen nehmen. Aber es ist für uns so etwas wie der Ritterschlag gewesen. Also Sie können sich auch vorstellen, dass Kunden sagen, ja, bei so einem kleinen Versicherer ist da die Sicherheit da. Also da hat uns das Engagement der DBK sicherlich geholfen. Aber es gibt niemand zehn Millionen, nur um keinen Einfluss zu nehmen. Also zumindestens war überall zu lesen, dass die DBK, das hat das Haus auch selbst verkündet, daraus lernen möchte. Genau. Also die DBK scheint doch nah dran zu sein. Die DBK ist, sage ich mal, meiner Meinung nach sehr klug gewesen. Alle großen Konzerne, ich komme ja auch aus großen Konzernen, beschäftigen sich alle mit dem Thema Digitalisierung, haben Garagenprojekte oder agile Projekte. Wie viel Einblick hat die DBK denn? Wie viel Einblick geben Sie ihr? Ja, es ist jetzt ganz eine gute Frage, weil ich bin zufällig in der nächsten Woche zusammen mit meinem Kollegen, dem Herrn Dr. Rittweger, sind wir in Koblenz. Wir werden da unsere aktuellen Zahlen präsentieren. Wir werden aber auch nachdenken, was kann man auch mal gemeinsam an Projekten tun. Das ist eine sehr angenehme, sage ich mal, Beziehung zwischen den beiden Häusern. Die DBK kann uns sicherlich den einen oder anderen klugen Rat geben, wenn man... Ja, aber meine Frage war die andere... Aber umgekehrt, glaube ich, ist die DBK sehr klug gewesen, kein Garagenprojekt zu gründen, sondern sich an einem Start-up zu beteiligen und dort einem Start-up den Freiheitsgrad zu lassen, sich zu entwickeln. Ich glaube, dass Garagenprojekte deshalb scheitern, weil man immer doch sehr stark an den Konzernen eingebunden ist. Und der Freiheitsgrad in einem Projekt, das agil läuft, ist völlig anders als so eine Beteiligung. Und ich glaube, dass die DBK sehr genau hinschaut, ja, ist dieses digitale Angebot... Genau, das glaube ich auch. Das würde ich auch tun. Dass der Investor, der 10 Millionen gibt, dass der sich für die Zahlen interessiert, ist ja völlig klar. Vermutlich interessiert sich jedes Krankenversicherungsunternehmen, nicht nur Ihr Investor, aber auch für Ihre Prozesse, für Ihre Strukturen, für die digitale Position. Haben Sie keine Angst, dass man sich das genau anguckt? Und wenn das erfolgreich läuft, ist nicht der bessere, der schlagkräftigere Innovator, das traditionelle etablierte Versicherungsunternehmen? Haben Sie keine Angst, dass Sie sich damit selbst kannibalisieren? Das glaube ich nicht. Denn ich glaube, dass die großen etablierten Unternehmen sehr genau hinschauen, was wir tun. Und das, was bei uns funktioniert, wird auch sehr schnell kopiert. Jetzt kenne ich allerdings auch die Geschwindigkeiten, mit der große Konzerne unterwegs sind. Ich glaube, es wird uns immer wieder gelingen, einen Vorsprung von einigen Monaten zu generieren. Aber ich bin überhaupt nicht böse, wenn eine AXA oder eine Barmenia oder wie sie heißen, eine Allianz, sinnvolle Dinge kopiert. Ich glaube, dass wir für die PKV sogar wichtig sind, ein Innovator, denn... Aber Sie wollen Geld verdienen, Sie wollen nicht andere beglücken, Sie wollen Geld verdienen. Wenn ich die 10 Millionen mit 10% hochrechne, dann wäre das ein Unternehmenswertstand heute von 100 Millionen. Wie viele haben denn die Gründer noch in Ihren Händen, wie viel Prozent? Sie meinen jetzt die drei Gründer. Jetzt erwischen Sie mich am falschen Fuß. Das dürften so knapp 10% etwa sein. Das ist das schöne Geld. Ist nicht das Geschäftsmodell, das so schnell wie möglich groß zu machen und dann wieder zu veräußern? Nein, das können Sie schon allein daran erkennen, dass, wenn Sie sich unsere Risikopolitik anschauen, Sie könnten ja mal versuchen, sich zu versichern. Wir haben eine sehr restriktive Risikoprüfung. Also, wenn wir schnell wachsen wollten, dann hätten wir andere Tarife, die wären sehr preisgünstig. Das sind sie aber nicht. Wir haben hoch, sag ich mal, sehr qualitativ sehr hochwertige Tarife, also keine Billigtarife. Wir haben eine sehr, sehr restriktive Risiko- und Annahmepolitik. Das heißt, wir setzen sehr viel daran, ein sehr gesundes, sehr solides Krankenversicherungunternehmen zu werden und kein Unternehmen, das jetzt hier ein rasantes Wachstum macht. Wir haben ja leider ein Beispiel aus den letzten Jahren, wo das schiefgegangen ist, dass die CSS in Liechtenstein, da hat man in kürzer Zeit, sag ich mal, so ein Unternehmen fast ruiniert. Gut, ich möchte mit Ihnen nicht über andere Unternehmen sprechen. Aber das ist unsere Politik nicht, sondern... Gehen wir nochmal zu den Gründen, Herr Naumann. Sie sind ein privater Krankenversicherer und Gesundheit ist das höchste Gut eines jeden Menschen und da hat man besonders viel Obacht darauf. Glauben Sie denn wirklich, dass sich so viele Kunden einem Start-up mit ihrer Gesundheit anvertrauen wollen? Sie haben keinen Track-Record, sagt man heute. Man weiß alles noch nicht, ob das funktioniert. Glauben Sie, die Kunden trauen sich das? Ja, das glaube ich allein deshalb, weil unser Angebot für diese Generation, für die Menschen, die sich für uns interessieren, spannend ist. Wir kümmern uns nicht nur um den Kranken, sondern wir haben auch ein Angebot für den Gesunden. Und wir sind nicht Payer, sondern sehen uns eher als einen Gesundheitsdienstleister, der auch ein gutes Angebot für die Gesunden hat. Und ich mache Ihnen mal ein Beispiel, das so ein bisschen dokumentiert, wie mutig wir sind. Und wir haben als erstes deutsches Privatskrankenversicherung jetzt die Fernbehandlung, die digitale Fernbehandlung eingeführt. Viele sagen, ja, das darf man ja nicht. Wir haben einen juristischen Weg gefunden, um sowas zu tun. Und das spricht viele an. Sie haben einen Umgehungsdatbestand gefunden? Ja, aber wenn man so will, ja. Aber der aber rechtlich, sage ich mal, untersucht ist. Können Sie das näher erklären, wie Sie das tun? Ja, gern. Ein Gutachten, wir machen das zusammen mit der Schweiz. Übrigens im europäischen Ausland ist ja die digitale Fernbehandlung mittlerweile state of the art. Wir machen das mit der Schweiz, auch mit dem Start-up e-Doktors. Und das kommt bei den jungen Leuten an, den Arztbesuch. Man sitzt zwei Stunden in der Praxis für sechs Minuten, um sechs Minuten mit dem Arzt zu sprechen. Und bei kleineren, sage ich mal, Erkrankungen ist das ein sehr charmanter Weg. Und ich glaube, dass wir mit einem solchen Angebot viele, viele ansprechen. Aber das ist nur ein Beispiel. Ich könnte also jetzt andere Beispielen. Das ist sicher schick. Ich glaube, das ist auch markenfördernd. Sie haben noch keine Marke. Sie haben noch nicht wirklich eine Marke. Das ist ja nicht bekannt draußen auf dem Markt. In der Assikuranz kennt jeder Otto Nova, aber draußen auf dem Markt haben Sie keine Marke. Sie haben 40 Millionen, schön, aber es sind begrenzte Geldmittel. Sie müssen alles aufbauen damit. Sie sind vermutlich auch mit Regulierung nicht groß geworden. Sie persönlich schon, aber Ihre Mitstreiter nicht. Da ist alles auf einmal zu tun. Und dann noch zu überzeugen, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Ja, wenn Sie jetzt unsere Stammmannschaft anschauen, dann stellen Sie fest, dass zwei Bereiche bei uns überproportional, im Vergleich zu anderen etablierten Häusern, überproportional groß sind. Das ist einmal die IT, ist völlig klar. Wir haben ein großes digitales Angebot. Da war auch am Markt nicht viel da. Also wenn man da geschaut hat, wir mussten also sehr viel selbst machen oder fast alles selbst machen. Und der zweite Block, der sehr groß ist und wo man natürlich auch üben muss, das will ich gar nicht verschweigen, ist das Marketing. Das heißt, das digitale Marketing ist sicherlich die Herausforderung. Wir kommen, wir an die Zielgruppe heran. Das wollen Sie viral gestalten. Und das ist, sag ich mal, ein anderes Marketing, wie die klassischen Häuser das tun. Wir haben keinen Vertrieb. Aber auch das ist, sag ich mal, machbar. Man kauft Leads. Sie kennen das. Man versucht im Internet, in den Medien präsent zu sein. Aber das ist sicherlich jetzt ein schwieriger Weg. Da wird viel probiert. Das gebe ich hier auch offen zu. Aber man wird da, ich bin da überzeugt, gute Wege finden. Sie müssen überzeugt sein. Sie vertreten das Geschäftsmodell. Herr Naumann, Sie haben eben gesagt, naja, und wenn das nicht so perfekt läuft mit der Krankenvollversicherung, dann gibt es noch die Zusatzversicherung. Und außerdem können wir auch unsere Prozesse teilen. Ist das eigentliche Geschäftsmodell, Outsourcing-Partner zu werden? Outsourcing-Partner ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff. Aber wir sehen uns eher als einer, der eine Plattform geschaffen hat. Und diese Plattform kann man anderen Playern im Markt zur Verfügung stellen. Anderen privaten Krankenversicherungen. Also anderen privaten Krankenversicherungen. Es gibt noch einen zweiten Bereich, den ich sehe. Das ist die Beihilfe. Sie müssen immer sehen, die Beihilfe ist fast in Volumen. Wir haben 12.000 Beihilfestellen. Die sind teilweise sehr antiquiert unterwegs. Und da ist unser Angebot auch sehr interessant. Und da gibt es auch die ersten Kontakte. Aber um das alles weiterzuentwickeln, das kann ich mir ja sogar vorstellen. Aber da reichen doch 40 Millionen nicht. Das ist richtig. Also wenn wir diese Plattform-Idee weiterentwickeln wollen, und das sieht zurzeit auch so aus, werden wir sicherlich eine nächste Finanzierungsrunde benötigen, um diesen Schritt auch zu finanzieren. Wer wären denn da für Sie die Adressaten der Finanzierung? Private Krankenversicherer, Venture, Capitalists, sonstige Investoren, Fonds? An wen denken Sie? Sie werden sich wundern, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir gar keine Sorge oder Probleme haben, weiteres Geld zu kriegen. Also es gibt andere Krankenversicherer, die die Interesse gezeigt haben. Das heißt, man läuft in die Bude ein? Ja, so würde ich es fast beschreiben. Aber auch die Investoren, die jetzt schon da sind, sind durchaus bereit, auch diesen Schritt mit uns zu gehen. Und an der Ecke befinden wir uns eigentlich eher in einer komfortablen Situation, dass wir uns, sage ich mal, die Investoren aussuchen können. Also das ist zurzeit nicht unser großes Problem. Und warum gehen Sie dann nicht noch schneller voran? Ich glaube, Sie wüssten schon, was Sie mit weiteren 20, 30 Millionen anfangen können. Wir gehen auch sehr schnell voran. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, wir haben es geschafft, in einem Jahr eine PKV auf die Beine zu stellen. Die BaFin-Zulassung ist ja nicht so ohne. Die ganze technische Infrastruktur aufzubauen. Das Recruiting in München auch nicht einfach. Gute Mitarbeiter in der Qualifikation zu finden. Und ich glaube, dass wir schon mit einer unglaublichen Geschwindigkeit unterwegs sind. Ich kann das gut beurteilen, weil ich die Geschwindigkeit in etablierten Häusern kenne. Klingt da Kritik durch. Dann frage ich mal... Ja, ne, Kritik. Also ich habe eine persönlich große Verbundenheit zur PKV, aber auch großen Respekt vor der Leistung der etablierten Unternehmen. Die haben, denke ich, alles in allem einen ganz guten Job gemacht. Aber ich denke, es ist noch Potenzial noch oben da. Sie sind komplett digitalisiert oder sehr weitgehend digitalisiert? Wir sind, nein, ich würde sagen, wir sind komplett digitalisiert. Okay, wunderbar. Sie sind komplett digitalisiert. Sie haben ein außerordentlich hohes Maß an Prozesseffizienz. Dunkelverarbeitung ist groß geschrieben bei Ihnen. Sie glauben, dass Sie auch kundenorientiert sind. Sie glauben, dass Sie die Kunden gewinnen. Müssen die etablierten Player also Angst vor Ihnen haben? Ich glaube, dass zurzeit einige auch Angst haben. Ich glaube, ein Teil hat Angst. Ich glaube, ein Teil schaut sehr genau hin und sagt, ich kopiere das. Und ein dritter Teil sagt, die sind so interessant, mit denen rede ich. Ja, ich würde die Frage mit Ja beantworten. Wobei man da vielleicht so ein Unternehmen etwas überbewertet. Aber ich wäre froh, wir wären von unseren Kunden schon so wahrgenommen wie von unseren Mitbewerbern. Da ist die Aufmerksamkeit sehr, sehr hoch. Ja, das ist das, was wir eben schon besprochen haben. Herr Naumann, bleibt es bei Deutschland oder gehen Sie, Sie sprachen von Schweiz, wo Sie da Ihre Schleifen fahren. Bleibt es bei Deutschland, entwickeln Sie sich in den deutschsprachigen Raum, gehen Sie noch weiter? Nein, aktuell gibt es keine Pläne, die darüber hinausgehen. Also Deutschland ist zurzeit klar das Land, in dem wir reüssieren wollen. Also aktuell gibt es keine Pläne. Es gibt aber Pläne, sage ich mal, Deutsche, die im Ausland arbeiten oder Ausländer, die in Deutschland arbeiten, also Impacts, Experts, Tarife für solche Zielgruppen zu entwickeln. Aber das Ausland ist zurzeit kein Thema. Meine letzte Frage an Sie, Herr Naumann. Wo steht Otto Nova in fünf Jahren und wo steht Otto Nova in zehn Jahren? Gibt es Otto Nova in zehn Jahren? In zehn Jahren, sage ich mal, wenn ich jetzt... Im Übrigen bei Startups ist das ja üblich, dass man sagt, wo ist man in einem Jahr, in drei, in fünf, in zehn. Nein, wir reden über private Krankenversicherung. Sie wollen Ihre Kunden lebenslang begleiten. Also in zehn Jahren, wir haben ein sehr ambitioniertes Ziel. In zehn Jahren wollen wir, ich sage mal so, nah an den Top Ten sein in der PKV. Und das ist sehr ambitioniert, aber ich glaube nicht unmöglich, wenn man sich so die Beitragseinnahmen der Nummer zehn anschaut, ist das durchaus ein, zwar sehr ambitioniertes Ziel, aber... Boah, ich finde es fast moderat. Ich kenne von Startups, dass man ein unfriendly Takeover des gesamten Markts in Aussicht stellt. Da sind Sie ja schon moderat unterwegs. Da sind wir etwas bescheidener und vielleicht auch etwas realistischer. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir werden mit großem Interesse die Entwicklung von Otto Nova verfolgen. Ich bin gespannt darauf. Meine Damen und Herren, das war die erste Runde unseres neuen Formats Hashtag Fred Wagner. Ich hoffe, Ihnen hat unsere kleine konstruktiv-kritische Diskussion gefallen. Den nächsten Gast haben wir bereits eingeladen. Das soll aber für heute noch eine Überraschung bleiben. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und arbeiten Sie weiter am Wohl der Versicherungswirtschaft. Herzliche Grüße.